Künstliche Intelligenz ist das große Thema in der IT momentan. Wie kann man damit Geld verdienen? Wie kann man anlegen? Und ist da sehr viel Hype am Markt? Darüber wollen wir heute sprechen. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres FAZ-Deconomy-Podcasts. Mein Name ist Alexander Armposter. Ich bin Resolatain unserer Wirtschaftsredaktion. Ich moderiere mit Carsten Knob, einem unserer Herausgeber zusammen. Hallo Carsten. Hi Alex. Und als Gast haben wir eingeladen Jan Beckers, den Gründer und CIO von BIT, einer Fondsgesellschaft, die darauf spezialisiert ist, quasi mit KI und IT und klugen Investments Geld zu verdienen. Hallo Jan. Hallo zusammen. Ja, wir steigen direkt ein mit Nvidia. Die Aktie hat eine kleine Talfahrt erlebt zu Beginn dieser Woche, nachdem ein unauffälliger Aufstieg sich ereignet hatte. Wie siehst du die momentan? Wir sind weiterhin gerne in Nvidia investiert, auch wenn wir entlang des steilen Kursaufstiegs immer mal wieder Gewinne mitgenommen haben. Nvidia bleibt aber als ganz zentraler Spieler der KI-Entwicklung aktuell ein, ich sag mal mittelgroßer Bestandteil unseres Portfolios. Mit Volatilität ist definitiv zu rechnen. Aber ich glaube insbesondere für Anleger, die einen mittel- oder langjährigen Horizont mitbringen, ist dort noch ordentliche weitere Upside vorhanden. Insofern sind wir weiterhin investiert, haben aber auch viele Gewinne bereits mitgenommen. Nvidia ist der Hersteller der Chips, die wesentlich sind für KI-Rechenzentren. Die haben eben verstanden, dass Grafikprozessoren sich auch gut eignen für die Rechenmethoden, die man für diese künstlichen neuronalen Netze braucht. Da gibt es momentan für Nvidia in dem Umfang, wo die sind, kaum richtig echte Konkurrenz. Die haben einen sehr hohen Marktanteil. Aber was ich mir schon frage, ist, der Kurs ist einfach sehr stark gestiegen, die sind sehr hoch bewertet. Ist da nicht sehr viel Platz? Also lebt es wirklich von Bewertung oder lebt es davon, dass einfach viele dran glauben, weil die KI-Geschichte in Anführungszeichen geht erstmal weiter und deswegen steigt der Kurs auch weiter? Man muss ja sagen, Nvidia hat ja entlang des steilen Kursanstiegs auch einen sehr, sehr steilen Anstieg der operativen Geschäftszahlen erlebt. Also der Gewinn ist ja einfach im selben Ausmaß in etwa gestiegen wie auch der Kurs an der Stelle. Und die große Frage, die man sich stellen muss, ist einfach, wie geht es da jetzt weiter? Ist das jetzt eher nachhaltig? Kommt da Druck auf? Sicherlich sollte man davon ausgehen, dass etwas Druck auf die Margen geben wird bei Nvidia, weil natürlich viele von Nvidias großen Hyperscaler-Kunden gerne auch günstiger Chips einkaufen würden. Die haben ja jetzt alle ihre Programme, wo sie versuchen, mit eigenen Chips eben auch zumindest einen Teil ihres Bedarfes zu decken. Auf der anderen Seite, egal in welche Industrie wir reinschauen, der Bedarf an Computing-Power wird in den nächsten Jahren so stark weiter steigen, dass auch ein Nvidia von hier noch sehr viel Wachstumspotenzial hat. Und dann darf man ja nicht vergessen, es sind ja auch inzwischen nicht nur die Chips. Nvidia schafft es ja auch geschickt in der Verbindung von Chips eben mit ihrer Software, sich immer weiter und tiefer in die KI-Wertschöpfungskette einzubringen. Das Unternehmen bleibt exzellent geführt, sehr, sehr gut positioniert. Und ja, insofern aus unserer Sicht überwiegen hier weiterhin die Chancen. Man muss aber im Hinterkopf halten, es wird irgendwann mal den Zeitpunkt geben, wann vielleicht dieser Nachfrageüberhang einfach nicht mehr da ist. Und das kann ein Zeitpunkt sein, wo es dann auch durchaus mal eine spürbare Korrektur an der Stelle gibt. Aber insgesamt, ja, ich sag mal, gehört es eigentlich weiterhin in jedes KI-Portfolio. Aber also den Zeitpunkt, wo ein Wettbewerber auf den Plan tritt und ein Produkt hat, das angreift, siehst du noch nicht so. Also man könnte ja jetzt ja AMD zum Beispiel nennen. Derzeit sieht es gar nicht so aus, dass ein Wettbewerber denen in der Leistung nahe kommen kann, sondern das Angriffsfenster im Grunde genommen bleibt nur, die haben ja einfach diese sehr, sehr hohen Margen, dass man denen letztendlich zwar mit einem schwächeren Produkt, aber günstigeren Preisen begegnet. Aber es ist überhaupt nicht so, dass irgendjemand jetzt bei der Leistung aktuell an Nvidia rankommen wird. Das wird sicherlich lange dauern. Und auch nicht in der Roadmap oder so absehbar nach euren Erkenntnissen. Derzeit, derzeit nach all den Expertengesprächen, die wir führen, nicht absehbar, dass die von jemandem überholt werden. Und wenn jemand in Frage käme, dann sind es am ehesten die AMDs oder? Wahrscheinlich ist es so, dass derzeit es weiterhin ein AMD wäre, aber es sieht überhaupt nicht so aus, als ob sie nah dran sind. Und dann, glaube ich, kommen auch schon ganz klar die Eigenentwicklungen von beispielsweise vielleicht Google an der Stelle oder aber anderen Hyperscalern. Wo wir jetzt gerade bei den Chipherstellern sind. Früher hätte man schon längst ein Unternehmen wie Intel genannt, das sehr viel Geld auch in Deutschland investiert. Was ist denn bei denen los? Ja, die sind tatsächlich an der Stelle etwas abgehängt worden. Nicht, dass man die jetzt für alle Ewigkeiten da auszählen müsste oder sowas. Aber die sind zumindest, was die KI-Chips angeht, derzeit kein besonders relevanter Player. Die versuchen natürlich auf der anderen Seite sich ein spannendes Geschäft auch als Wettbewerber von TSMC aufzubauen. Aber auch das wird wahrscheinlich noch dauern. Und auch dort sind sie ganz klar von der Nummer 1 an der Stelle entfernt. Jetzt haben wir die drängendste Frage, auch unsere drängendste Frage erstmal beantwortet, kommen nachher darauf zurück. Also Media, KI und die Börsen sozusagen, KI als Technologie, die die Börsen stark treibt. Wir wollen aber einmal noch ganz kurz zurückschalten und jetzt erstmal an dich ranzoomen. BIT steht für Berlin Investment Technologies. Wie groß seid ihr denn gegenwärtig und wie breit ist denn eigentlich euer Anlageuniversum so? Genau, wir sind aktuell knapp 40 Mitarbeiter, alle fokussiert auf Technologie-Investments, nur in börsennotierte Unternehmen sowie in ausgewählte Cryptocurrencies. Wir managen derzeit 1,25 Milliarden Euro, sind selber als Management auch sehr, sehr signifikant in unsere Fonds investiert. Und unser Anlagespektrum ist Technologie. Aber wir machen natürlich nicht breit alles davon. Technologie ist ja auch wiederum ein sehr, sehr weites Feld, sondern wir sind fokussiert auf Teilbereiche, wo wir glauben, wir können einfach durch unser langjähriges Sektorverständnis, durch die Daten, die wir haben, die wir generieren, einen Wettbewerbsvorteil erlangen. Und das ist beispielsweise dann jetzt bei Themen rund um generative künstliche Intelligenz, aber eben auch die damit verbundene Wertschöpfungskette, sei es jetzt eben Chips, aber auch andere Elemente davon. Dann sind es natürlich klassische Internetunternehmen, bei denen wir gut aufgestellt sind. Es sind aber auch Fintech-Unternehmen. Unsere größte Position in den Portfolien derzeit und auch schon seit längerer Zeit ist beispielsweise die Nubank. Das ist wahrscheinlich mit die beste Digitalbank der Welt, sitzt in Brasilien. Ich war letzte Woche zu Gast in Kasachstan. Dort haben wir eine ganz beeindruckende Beteiligung. Caspi kennt man hierzulande nicht, ist aber eines der fortschrittlichsten Fintechs weltweit, macht zwei Milliarden Gewinn letztes Jahr schon in einem Land mit 20 Millionen Einwohnern. In welcher Währung? In Dollar. Ah, okay. Ja, ja. Genau. Und wächst dabei noch etwa 30 Prozent. Und da sie eben in einem Land sitzen, wo viele vielleicht nicht so mit vertraut sind, kann man solche Unternehmen dann zu einem KGV von unter 10 einkaufen. Das ist ein gutes Stichwort. Wenn nämlich meine nächste Frage gewesen ist, es gibt ja verschiedene Anlagephilosophien, Leute, die sich stärker, sehr stark an Trends orientieren. Leute, die eben, Stichwort KGV, sich auf fundamentale Kennzahlen, Verhältniskursen zu gewinnen oder Umsätzen zu gewinnen und so weiter fokussieren. Wie legt ihr an? Ist sozusagen fundamental das Prinzip vor allem? Also man muss auf jeden Fall auf beides schauen und Bewertungen sind extrem wichtig an der Stelle und wir agieren auch sehr, sehr bewertungssensitiv. Ich glaube, wir haben im Durchschnitt in unserem Portfolio ein KGV von etwa 23 und das ist, wenn wir noch dazu sagen, dass die Unternehmen bei uns im Portfolio im Schnitt um 35 Prozent aktuell wachsen, was den Umsatz angeht. Dann ist das vergleichsweise niedrig und das liegt einfach daran, dass wir konsequent bewertungsorientiert agieren und wenn Unternehmen, die wir richtig gut finden, teuer werden, dann verkaufen sie und warten wieder, bis wir sie günstig finden. Oder bis die Datenlage, auf die wir auch sehr, sehr genau achten, so gut ist, dass wir sagen, okay, koste, man zahlt zwar einen Premiumpreis, der ist aber mehr als gerechtfertigt in den Daten. Und in so eine Kategorie würde eben beispielsweise auch ein Nvidia jetzt gerade fallen, aber ansonsten freuen wir uns natürlich und das gibt es immer wieder, wenn man Unternehmen findet, die vielleicht vom Markt irgendwo vernachlässigt werden, aus irgendwelchen Gründen, die wir nachvollziehen können. Beispielsweise eben, dass wenige Leute sich in Kasachstan auskennen oder da hinfahren würden, um Unternehmen zu analysieren und wenn wir dann feststellen, die wachsen richtig gut, die haben eine super starke Mode in dem Fall, die sind gut bewertet, haben viele Expansionsprozesse, dann sind das die Unternehmen, bei denen wir auch große Positionen eingehen, weil wir sagen, dort holen wir eben die extra Rendite für unsere Anleger raus in diesen Situationen. Kaspi, da habe ich noch zwei Fragen dazu, was können die denn so gut oder besser als andere und wie kamt ihr denn drauf, denn das ist ja richtig, da schauen nicht so viele hin, da fahren nicht so viel, wie kamt ihr dazu? Also vielleicht erstmal, was macht Kaspi? Kaspi ist inzwischen die wahrscheinlich mit fortschrittlichste Super-App der Welt, das heißt, wo ganz viele Internetdienstleistungen in einer App miteinander verbunden sind, das heißt, der typische Kasache nutzt Kaspi 68 Mal im Monat, das heißt 68 Transaktionen erzielt er mit denen. Kaspi ist mit Payments gestartet, das darf man sich so ein bisschen als Alipay oder so vorstellen, hat die Nutzer sehr, sehr glücklich gemacht damit, hat dann E-Commerce on top gebaut, haben jetzt den mit Abstand größten Marktplatz dort, haben sowohl Fintech, also eine ganze Bank letzten Endes mit dazu gebaut, sind dann ins Reisegeschäft, haben auch den Reisemarkt in kurzer Zeit für sich gewonnen, haben dann es geschafft, ganz viele Government-Dienstleistungen anzubieten. Das heißt, das, was man sich eigentlich hier wünschen würde, mal Digitalisierung unserer Verwaltung, wenn man in Kasachstan einen neuen Führerschein braucht, dann beantragt man die da drin, hat den innerhalb kürzester Zeit, ich glaube, die bieten 100 Behördenleistungen dort an, kürzlich vor einem Jahr haben sie Groceries gelauncht, das heißt Online-Lebensmittel und das ist normalerweise ein Geschäft, wenn man sich daran auskennt, das braucht zehn Jahre, um das mal profitabel zu machen. Die haben es in einem Jahr profitabel gekriegt, bei gleichzeitig so hohem Wachstum. Beeindruckendes Unternehmen, wie sind wir darauf gekommen? Weil wir uns einfach sehr viel mit anderen weltweiten Tech-Unternehmern und Investoren austauschen, sind wir über unser Netzwerk schon vor einigen Jahren drauf gestoßen, haben dann letztes Jahr investiert. Letztes Jahr waren sie noch in Kasachstan und in London gelistet, da war die Liquidität noch nicht so hoch und dann haben sie Anfang dieses Jahres dann das Umlisting an die Nasdaq gemacht und das haben wir dann genutzt, um nochmal ordentlich bei denen nachzukaufen, weil jetzt ist auch die Liquidität dort ganz ordentlich. Das wäre in der Tat auch eine Frage gewesen, weil bei solchen Werten ist ja häufig das ein großes Problem, wo man als Anleger, jedenfalls als Privater, vielleicht dann ja auch lieber die Finger davon lassen sollte. Aber ich weiß es wirklich nicht, man kann sich jetzt nicht in dem Land perfekt auskennen, die politische Stabilität von Kasachstan. Das ist ganz spannend. Also es wird total, ich sag mal, aus unserer Wahrnehmung wird die Lage in Kasachstan, also sehr unterschätzt in dem Sinne, es wird wahrgenommen wie ein wahnsinnig, ich sag mal chaotisches, riskantes Land. Ich glaube aus unserer Sicht und aus allem, was wir dort aus Gesprächen erfahren haben, ist es so, das Land funktioniert eigentlich extrem gut, muss man sagen. Caspi selber als Unternehmen ist auch sehr gut aligned, weil sie sind in ihrem Pricing total zurückhaltend, das heißt, die haben zwar eine sehr, sehr machtvolle Stellung, nutzen diese aber überhaupt nicht aus, haben eine super hohe Nutzerzufriedenheit, helfen dem Staat letzten Endes dabei, Gelder alle irgendwo in die offizielle digitale Wirtschaft zu holen. Das Risiko, was man an der Stelle natürlich hat, ist die geografische Nähe und einfach die, ich sag mal, die Verbindung zu Russland. Auf der Seite muss man aber zum einen dazu sagen, es ist so, dass Kasachstan sowohl zur EU als auch zu China als auch zu Russland im Grunde genommen recht gute Beziehungen hält und das hält sich so ein bisschen in Schach gerade. Trotzdem muss man sagen, bei so einer Position aus unserer Sicht, irgendwelche Risiken nimmt man als Investor immer und ein gutes Portfolio ist eben so ausbalanciert, dass diese Risiken idealerweise nicht so stark miteinander korreliert sind. Es ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel dafür, wie ihr eure Werte sucht. Vielleicht an dieser Stelle nochmal ganz wichtig, wir geben hier ja keine Anlageempfehlungen ab. Also das ist, ich finde aber, es ist als Beispiel total griffig, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie euer Geschäftsmodell funktioniert. Das ist ja ohne Frage so. Das Wachstum da ist auf Kasachstan beschränkt oder ist es auch die Perspektive, dass da international noch Geschäft entsteht? Genau, das Wachstum, was sie derzeit vorweisen, was so irgendwo, ich sag mal, etwa 25, 30 Prozent dieses Jahr ausfallen könnte, das ist derzeit noch rein in Kasachstan. Aber du hast es eigentlich gut auf den Kopf getroffen. Die sind gerade dabei und das ist auch, ich sag mal, bekannt, zu schauen, in welches Land sie als nächstes gehen. Und da ist damit zu rechnen, dass sie irgendwann, ich sag mal, in nicht allzu ferner Zeit, wenn alles klappt, mit einer Übernahme vielleicht in den nächsten zwölf Monaten aufwarten können und dann in eines der angrenzenden oder in eines der, ich sag mal, umliegenden Länder gehen können. Weil die Ambition von Kaspi geht an der Stelle deutlich über Kasachstan hinaus. Und man muss auch sagen, das ist ein wirklich gut geführtes Unternehmen. Ein sehr ambitionierter CEO, der, obwohl er eine 25 Milliarden Company geschaffen hat, noch sieben Tage die Woche für sein Unternehmen brennt. Denen ist auf jeden Fall mehr zuzutrauen, als dass sie nur in Kasachstan erfolgreich sind. Ihr sucht günstige Werte, also fundamental günstig bewertete Werte. Ich möchte gar keine Zweifel an den Standards jetzt wecken, aber die Frage trotzdem stellen, weil die immer mal wieder thematisiert wird. Wenn jemand in, sozusagen außerhalb Europas oder Nordamerikas investiert, die Bilanzkennzahlen, die veröffentlicht werden, die sind für euch, da habt ihr keine Zweifel oder die sind so brauchbar oder die sind, weil die sind ja Zahlen, aus solchen Zahlen, da kommt eure Bewertung zustande. Oder ihr nehmt dann die Bilanzen, wie man das macht, fundamental und guckt dann, was steht da und wie viel das ist. Absolut. Also letzten Endes berufen wir uns natürlich in unseren Unternehmensbewertungen auf Finanzkennzahlen, die vom Unternehmen gemeldet werden und auf unsere eigenen zusätzlichen Recherchen. So, jetzt muss man an der Stelle sagen, es gibt keinerlei, aber wirklich keinerlei Gründe, bei Caspi daran zu zweifeln, weil ja auch der Besuch vor Ort und alle Research vor Ort überhaupt keinen Zweifel daran weckt, dass sie einfach das ganze Land nutzt. Das ist etwas wie das Operating-System des Landes an der Stelle. Sie sind auch als Bank natürlich vollkommen reguliert in dem Land. Also ich glaube, an der Stelle Risiken, dass irgendwo Bilanzen gefälscht werden, gibt es immer. Für Caspi macht es aber keinen Sinn, weil das läuft unfassbar gut, das Unternehmen. Und interessanterweise der Gründer, beziehungsweise der CEO des Unternehmens, hat selber auch vor nicht allzu langer Zeit Aktien nachgekauft. Also ich glaube, man sollte sich immer Sorgen machen, aber bei Caspi, glaube ich, ist das Risiko äußerst gering. Das heißt wirklich, ich glaube, das geopolitische Risiko muss man auf der Uhr haben. Ansonsten kann es natürlich noch Wechselkursrisiken an der Stelle geben. Ansonsten, ich sage mal, Wettbewerb sehen wir nicht als ein nennenswertes Risiko, die Bewertung als solches auch nicht. Und insofern hat es auf jeden Fall derzeit eine ganz gute Position bei uns im Portfolio verdient. Das ist dann auch ein Titel, weil er eben attraktiv bewertet ist. So vieles stimmt, der dann auch deutlich größer als ein Nvidia bei uns im Portfolio ist. Und das Interessante, wenn wir dann darauf kommen, auf das Thema künstliche Intelligenz nochmal, da ist Caspi überhaupt nicht gehypt für. Es fliegt einfach total unter dem Radar. Die sind aber natürlich super dafür positioniert, weil die diese ganzen Daten ihrer Nutzer haben. Sie haben auch das ganze Vertrauen ihrer Nutzer. Sie sind in einer sehr, sehr guten Lage, bei all den künftigen Entwicklungen ihren Nutzern ein interessantes Produkt anzubieten. Und sie sind natürlich auch als echtes Tech-Unternehmen in der Lage, mithilfe von künstlicher Intelligenz relevante Einsparungen vorzunehmen. Sei es jetzt im Customer Support, sei es in der Entwicklung eben, also beim Engineering-Team. Und insofern ist es auch an der Stelle für uns eines dieser Unternehmen, wir haben unser ganzes Portfolio als generative künstliche Intelligenz aufkam, einmal überprüft, wer ist eigentlich eher Gewinner und wer ist eher ein Verlierer der künstlichen Intelligenz. Und bei denen ist es so, die sind mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit ein Gewinner. Sie sind aber nicht so bewertet, als ob sie dort eine große Fantasie haben. Und das sind die Werte, die wir mögen. Könntest du aus dem Kopf sagen, bevor wir nochmal wieder zu anderen einzelnen Unternehmen kommen, in welchen Branchen eher die Gewinner rund um generative künstliche Intelligenz zu finden sind? Ja, ich sag mal, ein ganz offensichtlicher Gewinner generativer und jeglicher künstlicher Intelligenz ist natürlich die Halbleiter-Branche. Genau das. Man darf sich das ungefähr so vorstellen, wenn man mal auf einem höheren Level dort argumentieren möchte, in den nächsten fünf bis zehn Jahren werden fast alle, ich sag mal, fast alle Elektronikgeräte, fast alles, was wir sonst so machen und nutzen an Services, wird irgendwo auch von künstlicher Intelligenz mit angetrieben werden. Das heißt, für alles führt diese Rechenpower, aber auch die Speicherkapazität entsprechend benötigen. Das heißt, irgendwo in jedem Service, den wir da nutzen, bezahlen wir ein Stück weit die Wertschöpfungskette der Halbleiter-Industrie mit. Insofern, ganz offensichtlicher Gewinner sind auf jeden Fall Halbleiter. Dann, weiterer Gewinner sind natürlich die Unternehmen, die die spannendsten Daten haben, insbesondere solche, die nicht jeder andere an der Stelle auch hat. Und, das ist aber natürlich wichtig, die auch in der Lage sind, das heißt, die die richtige technologische Basis haben, um diese Daten auch wirklich dann nutzbar zu machen. Und das sind häufig eben Unternehmen, die vielleicht nicht gerade gegründet wurden, weil dann haben sie diese Datenmasse noch nicht, sie haben auch noch nicht wirklich das Nutzervertrauen. Der typische Sweet Spot sind wirklich die Unternehmen, die häufig in den letzten, ich sag mal, letzten sieben bis vielleicht 30, 40 Jahren gegründet wurden, die eine breite Nutzermaßes haben, ein breites Produktportfolio, wie beispielsweise, ich sag mal, wenn man auf Software guckt, ist ein Microsoft viel besser positioniert als jemand mit der Breite seiner Produkte und den vielen Daten, die da drin schwirren, als ein einzelner Point-Solution-Anbieter, wie beispielsweise ein Zoom oder so. Und das sind letzten Endes, ich sag mal, Kriterien und Themen, die wir uns anschauen, wenn wir beurteilen, wer ist eher auf der Gewinnerliste und wer ist eher auf der Verliererliste. Und dann gibt es Branchen, wo wir von Anfang an beispielsweise gesagt haben, eine der ersten Branchen, die sehr disruptiert werden wird von generativer künstlicher Intelligenz. Zwei jetzt im negativen Sinn. Im negativen, im positiven. Also erst mal, wer wird sehr besonders und früh disruptiert? Das ist Bildung, weil bei Bildung geht es natürlich insbesondere um Content an der Stelle. Und das ist natürlich das, was jetzt gerade schon sprudelt. Und dann hat man dort in so einer Branche automatisch sowohl Gewinner als auch Verlierer. Und wir hatten da beispielsweise für unser Anleger vor, ich glaube schon vor etwas mehr als 12, 13, 14 Monaten, diese These mal verbreitet, wo wir gesagt haben, gerade in dem Bereich muss man Gewinner von Verlierern unterscheiden. Wir haben dann als Gewinner hervorgehoben Duolingo, 100 Millionen Nutzer, die größte Sprach-, Lern-, Schule- und App der Welt. Hervorragendes technisches Team, sehr, sehr zufriedene Nutzer, die es täglich intensiv nutzen. Und vor allen Dingen sind die seit Jahren bereits gut darin, den Großteil ihres Contents mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zu erstellen. Auf der anderen Seite als Verlierer hatten wir mal aufgezeigt Check. Check ist auch ein Online-Bildungsanbieter, der aber vor allen Dingen Schülern in den USA dabei hilft, ihre Hausaufgaben und Prüfungen vorzubereiten. Das ist natürlich die erste Zielgruppe, die sich gesagt hat, okay, dafür müssen wir nicht unbedingt Check bezahlen, sondern dafür nutzen wir Check-JPT. Die Entwicklung war seitdem etwa Duolingo plus 100 Prozent, Check etwa minus 80 Prozent oder so seitdem. Und das setzt sich gerade auch an der Stelle noch fort. Das heißt, die Dispersion wird größer in diesen Branchen. Das heißt, wir werden einige sehr große Gewinner sehen und andere, die auch sehr massiv verloren und deren Geschäftsmodell obsolet wird. Und das ist aus der Sicht eines aktiven Anlegers, wie wir es natürlich sind, erstmal erfreulich, weil man so eben, genau, letzten Endes die Richtigen hoffentlich findet. Hast du noch eine Meinung zur Fertigungsindustrie? Und nochmal was für Deutschland ganz besonders Wichtiges zu nehmen? Also ich glaube, aus deutscher Sicht ist es natürlich extrem wichtig, dass wir es schaffen, die Vorteile, die wir eigentlich in der physischen Welt gerade haben, Maschinenbau, dass wir es da schaffen, eben über unsere Kompetenzen dort, den Übergang in die Software- und Datenwelt zu schaffen. Dass wir eben, als ein Siemens beispielsweise es schafft, durch die hohe Verbreitung ihrer Maschinen und auch ihrer Software, diesen Datenvorteil letzten Endes zu nutzen, um dort sich durchzusetzen. Und das wird extrem wichtig sein für unseren Standort. Und das ist sicherlich einer der Bereiche, auf den wir setzen müssen, um von der Technologie eben verstärkt zu profitieren. An vielen anderen Stellen muss man leider sagen, sind wir halt nicht so gut aufgestellt gerade. Und das führt natürlich dazu, für das, was wir immer argumentieren, wir sollten alle viel mehr unseres Ersparten in Technologie investieren und eben dann weltweit an diesen aktuellen Gewinnern teilhaben. Wie seid ihr in Deutschland aufgestellt? Ja, wir haben in Deutschland unterdurchschnittlich viele Investment, leider. Also wir sind, ich sag mal, wir schauen ja weltweit nach den größten Gewinnern. Wir sind eben in den USA stark, aber auch in vielen interessanten Schwellenmärkten stark. Wir schauen auch immer wieder in Deutschland und Europa. Wir sind in Deutschland, ich sag mal, in Deutschland slash Bulgarien, letzte Woche oder vorletzte Woche in ein spannendes Unternehmen eingestiegen. Das heißt Shelly. Relativ kleiner, auch marktenger Titel. Also muss man sehr auf Liquidität aufpassen. Wir konnten dort aber einen Block kaufen und möchten auch länger drinbleiben. Die sind aktiv im Bereich Smart Home und haben dort eine wirklich starke Gruppe von Produkten entwickelt und haben vor allen Dingen ganz viele Smart Home Daten, auf denen sie jetzt sitzen, die sie weiter veredeln können. Ich glaube, gerade der Smart Home Bereich ist einer, der theoretisch zwar viel Potenzial hätte, aber wer es selber mal genutzt hat, weiß immer, diese Usability ist wirklich noch ein bisschen anstrengend. Ja, sehr und irgendwann fliegen auch die Produktgenerationen, die man da teuer eingebaut hat, technisch wieder aus der Kurve. Sehr ärgerlich. Auch das, ich glaube aber, wir haben jetzt einen interessanten Wendepunkt, wo wir sagen, diese ganze Usability-Themen, wenn wir einfach in ganz natürlicher Sprache, dank generativer künstlicher Intelligenz, mit diesen Geräten interagieren können, dann kann das einen Wendepunkt darstellen, wo auf einmal Smart Home eben nicht mehr diesen Pain-Point hat, sondern relativ leicht, relativ angenehm funktioniert. Wir sind in Deutschland dann auch noch investiert mit einem kleinen Anteil bei Tonys. Das sind die Kinder-Hörspiel-Boxen. Ja, Tony-Boxen. Genau, die natürlich in Deutschland hoch verbreitet sind, auch schon in Deutschland ziemlich gesättigt sind. Das Interessante bei denen ist, dass sie eben in den USA, in ganz vielen anderen Märkten stark zu gewinnen. Ist aber auch nur eine sehr, sehr kleine Position für uns, muss man sagen. Und dann sind wir in Deutschland noch investiert bei einem echten Hochtechnologie-Unternehmen bei Lilium in München. Und wir glauben, die haben ein richtig, richtig spannendes Produkt und gehen davon aus, dass so in den nächsten zwölf Monaten, die dort viel vorzuweisen haben, wo dann wahrscheinlich die deutsche Skepsis, ob es denn funktioniert, vermutlich eines besseren will. Tatsächlich hätte die bei mir jetzt auch noch überwogen, muss ich sagen. Du bist ja auch die deutsche Skepsis. Echt, in Person. Ich kann an der Stelle einmal nur empfehlen, vor Ort sich das anzuschauen, mit den Leuten zu sprechen. Man muss ja auch dazu sagen, der Chairman ist ja der ehemalige CEO von Airbus. Der hat relativ gut geprüft, bevor er dort eingestiegen ist, ob er das kann. Der aktuelle CEO war derjenige, der den A320 zum Fliegen gebracht hat. Der größte Investor Tencent ist auch dafür bekannt, dass er, ich sag mal, ein gutes Gespür bei derartigen Themen hat. Ich kann nur nahelegen, einfach mal anschauen, das Thema. Weil ich glaube, das ist nämlich eines dieser Unternehmen, Hochtechnologie, einem super spannenden Markt. Gleichzeitig natürlich auch, ich sag mal, ein Thema, was uns beim Klimawandel helfen wird. Das mal näher anschauen vor Ort. Und die Skepsis ist ja gut, aber dann gerne überprüfen und vor Ort mal anschauen. Wir haben es gemacht. Wir denken, bei so einem Thema gibt es natürlich Risiken, die vor allen Dingen in der Finanzierung dessen liegen, weil eben die deutsche Skepsis so groß ist. Wir glauben aber auch, dass die Chance an für sich eine besondere ist. Und ja, halten es für sehr, sehr spannend, sich das gerade mal näher anzugucken. Wenn ihr investiert, ein Beispiel hast du ja gerade gesagt, wo man auch sich eben angucken kann, wer ist denn der Gewinner und der Verlierer jetzt genau von einer Veränderung? Dann gibt es da zwei Möglichkeiten. Entweder man sozusagen investiert ganz klassisch in den Gewinner und den Verlierer lässt man liegen. Oder man kommt sogar auf die Idee, man investiert in den Gewinner und shortet den Verlierer, um vielleicht noch mehr rauszuholen, wenn man eine klare Meinung hat. Ihr macht das auch, oder? Wir haben typischerweise Fonds, die nur in Aktien long gehen. Und das andere würde eine Hedgefund-Struktur erfordern, die dann beispielsweise auch für den normalen deutschen Anleger in der Regel nicht wirklich, wo es kaum Zugangsmöglichkeiten da gibt. Insofern, wir haben häufig auch die Meinung, wer ist der klare Verlierer? Also Check wäre ein schönes Beispiel gewesen. Wir investieren aber in unseren Fonds derzeit long only. Ich würde gerne jetzt mal noch die ganz großen bekannten Werte einmal durchgehen und Take-Werte und einmal deine Meinung gerne zu jedem wissen und auch, ob ihr da drin seid oder nicht, weil das auch viele Hörer immer interessiert. Das sind die bekanntesten Aktien. Das sind, wie wir auch schon gehört haben, nicht immer die, die dann am attraktivsten sind, weil Bewertungsüberraschungen man eben da gerade findet, wo nicht so viele hingucken. Das sind jetzt alles, die ich nenne Unternehmen, die covern ganz viele Banken. Jede Bank covert die, jede Fondsgesellschaft, da gibt es ganz viele Meinungen. Also es gibt kaum weniger durchleuchtete Unternehmen. Aber ich fange mal einfach, Nvidia haben wir schon gesprochen, da seid ihr weiter zuversichtlich. Microsoft? Microsoft sind wir auch investiert. Wir haben unsere Position zwischenzeitlich relativ groß gemacht. Das war Anfang 2023, als irgendwie offensichtlich war, dass sie mit zu den, ja, ich sag mal, sichersten AI-Gewinnern haben dann im Laufe der Zeit durchaus Gewinne mitgenommen. Bleibt aber bei uns im Portfolio, weil wir eben davon ausgehen, dass dieser breite, tiefe Software-Stack mit den Daten plus ihrer Nähe zu Technologiethemen wie eben OpenAI plus auch die Leadership von Satya Nadella, die ja bewiesen hat, wie er wirklich Microsoft herumgedreht hat. Das war ja ein wirklich verschlafenes Unternehmen, zumindest im Image. Ja, wird wirklich strategisch auch schwierig positioniert. Genau. Und da muss man einfach sagen, Respekt. Und insofern Microsoft bei uns auch im Portfolio. Apple, die ist ja dieses Jahr eine lahme Ente an der Börse. Ja, Apple derzeit nicht im Portfolio. Wir glauben, dass die eigentlich mit etwas Verzögerung gut positioniert sind, auch für generative künstliche Intelligenz. Derzeit allerdings noch nicht im Portfolio. Einfach aus Gründen Bewertung versus erwartbares Wachstum. Könnte irgendwann mal wieder reinkommen, aber derzeit fanden wir einfach andere Unternehmen spannender. Google, deren Research hat das Paper rausgebracht, in dem die sogenannte Transformer-Architektur ja breit publiziert wurde und sozusagen mit den Anstoß gegeben hat, eigentlich zu diesem ganzen KI-Thema. Ja. Google derzeit auch nicht bei uns im Portfolio. Also Alphabet. Ja, genau. Alphabet oder Google. Nicht bei uns im Portfolio derzeit. Das kann man sehr debattieren. Die sind eigentlich, genau wie du sagst, ziemlich spannend positioniert, sitzen auf diesem großen Datenschatz, haben wirklich nachweislich tolle Forscher in dem Bereich, haben ja auch mit als Erster quasi die Devise KI-First ausgegeben, ganz viele tolle Achievements. Es gibt aber derzeit mindestens, also mehrere Gründe eigentlich, die uns davon abhalten, sagen, wir werden anderswo sicherer unsere Renditen einfallen. Das größte Unsicherheit bei Google ist einfach, inwiefern generative künstliche Intelligenz die große Cash-Cow von Google, nämlich das Suchgeschäft, erst mal negativ beeinflusst an der Stelle. Das kann natürlich zweierlei Weisen passieren. Das eine ist, dass einfach neue Wettbewerber vielleicht jetzt die Chance haben, dort einzutreten. Und wenn wir uns alle vorstellen, dass wir in ein paar Jahren vielleicht ganz viel mit einem KI-Assistenten interagieren, dann wird der halt unsere erste Anlaufbasis häufig für Informationen sein und würde relativ gut sein, uns diese zu geben. Und ich sag mal, wenn man selber mal so in das eigene Verhalten guckt, dann ist es schon so, dass so manch eine Google Search oder zunehmend viele auch eben durch die Frage an einen Chatbot ersetzt wird und die Ergebnisse häufig besser sind. Insofern Geschäft unter Druck. Und das Zweite ist natürlich, natürlich ist auch Google dort stark unterwegs, aber das heißt zumindest mal, wenn künftig viele dieser Ergebnisse durch am Ende aufwendige KI letzten Endes produziert werden müssen, dann wird es auch zu einem Einbruch bei den Margen führen, weil einfach die Computing-Kosten an der Stelle ansteigen. Auf der anderen Seite muss man sagen, Google hat durch seine eigenen Chips, die relativ weit fortgeschritten sind, auch wieder dort ein Asset. Insofern ist es einfach ein Thema, wo wir sagen, es gibt interessante Chancen, aber eben auch vergleichsweise hohe Risiken und wir haben andere Unternehmen, wo wir sagen, da sind eigentlich sehr, sehr wenige Risiken oder viel, viel weniger und deswegen sind wir bei Google derzeit nicht investiert oder bei Alphabet. Nach Meta möchte ich noch fragen. Dort sind wir investiert, wir hatten es auch, ich sage mal tatsächlich, wir haben die ungefähr das erste Mal wiedergekauft auf dem Nahe des Tiefstands, als so ein bisschen, ganz viele Menschen, Mark Zuckerberg, alle für einen, ich sage mal, sehr schlechten Unternehmensführer gehalten haben. Das haben wir nicht. Ich habe das Unternehmen lange verfolgt. Ich habe auch damals vorbörslich Aktien von Facebook standen. Ich fand, der hat schon seit langer Zeit einen guten Job gemacht. Der hat es immer wieder geschafft, neue Technologietrends, wie beispielsweise den Sprung zu Mobile und jetzt eben den Sprung zu Reels, sehr, sehr gut zu meistern. Wir halten das Unternehmen für sehr, sehr gut geführt und wir glauben, dass sie auch sehr gut positioniert sind, von den frühen Entwicklungsstufen von der weiteren künstlichen Intelligenz zu profitieren, weil sie eben einfach ganz viele Endkonsumenten haben, bei relativ leichtgewichtigen Themen, vielleicht auch wie Entertainment oder sowas, wo erfahrungsgemäß zuerst die Adoption beginnen wird. Eine der interessanterweise Bereiche, der mit am meisten Traction bekommen hat, sind ja AI Companions oder AI-Girlfriends oder Boyfriends eben, ich sag mal, virtuelle Partner oder Chat-Partner, die interessanterweise total viel Traction bekommen haben. Wir glauben, das ist ein Hinweis darauf, dass Facebook mit seiner Dominanz beispielsweise durch WhatsApp, aber eben auch durch die anderen Plattformen recht gut positioniert ist, diese Konsumenten-Nachfrage dann auch bald zu bedienen. Darf ich die Liste noch um zwei, drei? Kommt ja anders wie aus der Pistole geschossen. Also ich hoffe, ich habe jetzt richtig aufgepasst, das wäre sonst panisch. Amazon? Hatten wir noch nicht. Süße. Muss aber. Ja, stimmt. Amazon haben wir auch im Portfolio und auch zweierlei. Amazon wird ja, ich sag mal, viele Menschen oder viele Anleger, sehen wir Amazon inzwischen eigentlich, vor allen Dingen Amazon Web Service, weil sie irgendwie sagen, ah, E-Commerce ist Hommage-Schwach oder so. Also wir glauben, dass auch E-Commerce und alles, was dann da dran hängt, Logistik etc., natürlich erstmal jahrelange super hohe Investitionen nach sich zutzen. Das geht dort auch weiter. Wir glauben aber schon, dass auf der Scale, wo sie dann operieren, dass irgendwann auch für sie ein ziemlich gutes, profitables Geschäft wird, gerade dann, wenn die logistischen Vorteile nochmal größer werden. Das zeichnet sich so ein bisschen gerade zumindest in den USA ab. Insofern, genau, halten wir auch Amazon für eine gute Position weiterhin. SAP? SAP sind wir nicht investiert, aber ich denke, die sind auch in einer spannenden Position, dadurch, dass sie eben so tief verankert in vielen Unternehmen so viele Daten besitzen und in einer relativ guten Lage sind, aus diesen Daten eben dann weitere neue Produkte zu bauen für die Unternehmen. Insofern, wir sind nicht investiert, einfach auch, weil wir das Unternehmen weniger gut kennen als viele der anderen, in die wir investiert sind, aber ich schätze, die sind eigentlich gar nicht schlecht aufgestellt. jetzt als minimal exotischer Palantir. Ja, Palantir ist auch so ein heiß debattiertes Unternehmen bei uns. Wir sind nicht investiert, weil wir immer wieder sehr mixed Signals dazu bekommen, also von total gut zu ziemlich negativen Eindrücken an der Stelle und die sind, ich würde sagen, sehr interessant positioniert, sind aber auch, und allein das muss man auch sagen, sind einfach auch sehr, sehr teuer und für den Preis, den man bei ihnen zahlt, bekommen wir, also wir bekommen deutlich günstiger in Unternehmen, wo es deutlich weniger Risiken aus unserer Sicht gibt. Insofern sind wir dort nicht investiert, aber trotzdem. Aber ihr führt spannende Diskussionen darum. Wir führen trotzdem spannende Diskussionen darum und wir glauben, das ist tatsächlich auch ein Unternehmen, das könnte wirklich eine sehr, sehr große Zukunft haben, auch wenn man mal daran denkt, dass leider Gottes der ganze Bereich Defense, Verteidigung, ich sag mal, Cyber-Sicherheit noch viel, viel größer wird und die sind, gerade was den amerikanischen Government-Markt angeht, dort relativ gut positioniert und irgendwo entrenched und insofern, ich sag mal, es müsste einfach viel, viel günstiger sein oder die müssten am Ende aus unserer Sicht viel schneller wachsen oder eine noch sichere Opportunity sein, derzeit nicht im Portfolio und wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Zwei Schiffhersteller hätte ich noch. Dann machst du die und dann habe ich noch eine. Okay, okay. Also erst mal den, den wahrscheinlich kann ich inzwischen dann doch gar nicht so wenige kennen, ARM, also man ist jetzt kein Hersteller, aber ja, also kommt aus der Branche. Ja, total gut positioniert für ganz viele verschiedene weiteren Entwicklungen, nicht zuletzt auch den neuen Zyklus wiederum, dass alle Welt sich wahrscheinlich bald vielleicht doch mal einen neuen Laptop organisieren wird, um auf diese ganzen neuen KI-Funktionen zurückgreifen. Wir sind nicht investiert. Der Co-Pilot-Laptop mit ARM. Genau, beispielsweise das. Wir sind aber nicht investiert aus zwei Gründen eigentlich an der Stelle. Der Wichtigste ist erstmal, es ist einfach schon so teuer bewertet und es ist für uns beispielsweise dann anders als bei NVIDIA oder noch anders als beispielsweise bei Micron, wo wir eine ganz ordentliche Position noch haben, für uns noch deutlich weniger nachvollziehbar, dass diese Position anhalten wird und vor allen Dingen, dass diese Bewertung sich rechtfertigt. Insofern nicht investiert, auch wenn es ein echt spannend positioniertes Unternehmen ist. Mein anderes Chip-Unternehmen war nicht Micron, das wäre ja jetzt uns en passant schon beantwortet gewesen. Ich habe noch eins, das in deutschen Ohren immer so anspruchsvoll oder so komisch klingt, Qualcomm. Qualcomm, muss ich sagen, kenne ich selber nicht gut genug, um wirklich qualifiziert darüber zu sprechen. Sagen wir mal einmal einen Wert erwischt. Warum eigentlich nicht? Man kann nicht alles wissen. Das zeichnet Ihnen jetzt gerade aus, weil sonst hätte man es ihm irgendwann nicht mehr geglaubt, dass er das alles weiß. Ich habe halt das Privileg davon zu sagen, dass ich wirklich, ich bin ja auch nicht Geschäftsführer bei BitCabby, ich verbringe wirklich den ganzen Tag damit, mir Unternehmen und Technologien anzuschauen. Das macht mir großen Spaß. Aber ja, definitiv kenne ich nicht alle. Alles klar. So, ich würde noch auf eine Region kommen, jetzt zum Schluss. Du hast ja schon, genau, wenn wir es mal ein bisschen so zusammenfassen, das Universum, erstmal die ganze Welt, dann gibt es sehr viele attraktive Unternehmen, die, was ich mitgenommen habe, aber für euch vor allem generative KI interessant sind, die nicht erst gestern gegründet wurden, die es schon einige Jahre gibt, damit sie halt Daten, Nutzerbasis und so weiter haben. Das gibt es in Europa und Amerika Unternehmen, die sehr stark gecovert werden, wo man vielleicht nicht so viele Bewertungsüberraschungen findet. Deswegen haben wir schon über Caspi gesprochen oder über die Nubank gesprochen. Es gibt natürlich ein Land, wo bis, ich weiß es nicht ganz genau, bis vor kurzem die meisten Menschen auf der Welt gewohnt haben, wo auch die Regierung KI zu einem ganz großen Thema ausgerufen hat, also wo man nicht sagen kann, dass Technologie hier irgendwie als Randaspekt des Lebens betrachtet wird, was aber natürlich in der aktuellen Weltlage anders ist als vor zehn Jahren. Das ist China, da gibt es große Tech-Unternehmen. Seid ihr dort auch engagiert? Ist es für euch interessant oder ist es einfach aus geopolitischen Gründen überhaupt nicht opportun und nicht durchschaubar? Ja, also wir waren zu Beginn der Auflage unserer Fonds relativ intensiv in China investiert, mit so ich sag mal 10, 15 Prozent Exposure. Wir haben die dann im Laufe der Zeit deutlich runtergefahren, weil wir einfach die geopolitischen Risiken für leider sehr real halten an der Stelle, was aber nicht heißt, dass wir gar nicht dort investieren. Wir haben auch einen sehr guten Kollegen vor Ort in Shanghai sitzen, was uns einfach viele Insights bringt. Wir investieren dann in China, wenn die Renditeerwartungen so viel höher sind, dass es sich dann für unser Portfolio lohnt, insbesondere dann aber natürlich auch in kleineren Dosen. Das heißt, wir haben aktuell ein paar Prozent China Exposure und das in Situationen, wo wir die Kurse für besonders spannend halten. Um mal ein Beispiel zu geben, wir haben im Februar in Lufax investiert, ein chinesisches Unternehmen, Fintech-Tochter von Ping an, die Kredite vergeben, da gab es vorher ein paar Probleme, deswegen war nicht nur der Kurs im Keller, weil China und weil Fintech in China, sondern Egal, das ist eine Versicherung, müsste man mal kurz nochmal sagen. Genau, eine sehr große bekannte Versicherung. Da haben wir investiert auf einen Kurs von zwei Dollar und zwei Wochen später oder einige Wochen später haben sie eine Dividende angekündigt von zwei Dollar 40 und das drückt nur aus und tatsächlich haben sie aber noch bei weitem viel mehr Cash als diese zwei Dollar eben und das drückt aus, wie interessant manchmal die Bewertungen dort sind und in diesen Sondersituationen, wenn wir eben sehr, sehr gute Returns dort sehen, sind wir in China investiert, aber in viel kleineren Beimischungen dann zum Portfolio, um einfach diesem großen Risiko dort aus dem Weg zu gehen. Sagt Jan Beckers, Gründer und CIO von Berlin Investment Technologies. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch. Ja, vielen Dank. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank dafür, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Natürlich hatten wir Sie nicht nur über diese Themen auf dem Laufenden, sondern auch über alle anderen, von denen wir denken, dass Sie Kenntnis haben sollten. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie gesund und eine schöne Woche. Ciao. Auf Wiedersehen. Euer Christian. Vielen Dank.